Ihr Mut, Ihre Zivilcourage nach all dem, was Sie erlebt haben, Ihre Klugheit, das bewundern wir und das wird Mahnung für uns sein. Ihr Schicksal zeigt, wenn was passiert in rechtlosen Räumen, da kommen die Rechte der Schwächsten unter die Räder. Das ist der Grund, warum wir auf die Stärke des Rechts setzen anstatt auf das Recht des Stärkeren. Deswegen wollen wir stärkere Vereinte Nationen und nur die werden dafür sorgen können, die Stärke des Rechts, das Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestraft werden, wie sie bestraft gehört. Und es führt an den Vereinten Nationen hier kein Weg dran vorbei. Diese Kriege, wie sollen sie anders beendet werden als durch eine Nachkriegsordnung mit Regeln, aber insbesondere mit Rechten für Minderheiten wie die Jesiden. In Syrien, im Irak, in Libyen. Und das ist der Grund, warum wir sagen, es ist Zeit, den Zustand, wo man glaubt, Terrorismus allein mit einer Koalition der Willigen überwinden zu können, diesen zu beenden und den Kampf gegen den Terrorismus auf die Basis eines UN-Mandates zu stellen. Und hier erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie endlich liefert, anstatt drumherum zu reden. Wir sind der Auffassung, dass Militär manchmal nötig ist, ja. Aber wir streiten dafür, dass es solche Einsätze nur mit einem Mandat der Vereinten Nationen geben darf. Nein, wir wollen nicht wieder einen Irak-Krieg, wie der, den George Bush entfesselt hat oder den ganzen Mittleren Osten destabilisiert hat. Wir wollen aber auch keine neuen Grauzonen. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, das sagen wir auch in eine andere Richtung. Wir ducken uns nicht weg, wenn die Vereinten Nationen in Sierra Leone, Entschuldigung, in Sudan, dort überall in Mali, im Libanon versuchen, Frieden zu erhalten und Frieden zu sichern. Wir sind der Auffassung, dass wir uns als Deutsche daran beteiligen müssen. Ja, und ich glaube sogar, wir müssen uns mehr daran beteiligen, nicht nur mit Soldatinnen und Soldaten, sondern auch mit Polizisten und Helferinnen und Helfern. Wir können nicht weiter nach der Methode vorgehen. Die armen Menschen aus Bangladesch und Sierra Leone, sie sichern die Einheiten der UN und wir zahlen lediglich. Wir wollen starke Vereinten Nationen und die gibt es nur mit Grünen. Wir brauchen die UN, weil sie nicht parteiisch sind. Menschenrechte sind universell. Wir kämpfen für die Rechte der Rohingya. Wir kämpfen für die Rechte der Roma in Rumänien. Wir kämpfen für die Rechte von Schwulen und Lesben in Ruanda und in Russland. Ja, wir kritisieren die USA wegen Guantanamo, aber von dieser Kritik nehmen wir doch nicht zurück, liebe Genossen und Genossen der Linkspartei, wenn wir gleichzeitig die Auflösung der chinesischen Straflager fordern. Und liebe Freundinnen und Freunde, Russland verletzt täglich das Völkerrecht mit der Annexion der Krim, mit den Operationen in der Ostukraine. Aber was Frau Merkels strategische Partner, die Saudis und die Golfstaaten im Jemen machen, das grenzt an Völkermord. Und unter Ihrer Kanzlerschaft, Frau Merkel, da haben die Rüstungsexporte in diese Länder neue Rekorde erreicht. Ich finde, das ist eine Schande. Deutschland darf keine Waffen für solche Kriege liefern. Es darf keine Waffenexporte in Krisengebiete geben. Auch nicht an den NATO-Partner Türkei. Und deswegen brauchen wir ein Rüstungsexportkontrollgesetz. Das gibt es nur mit Grün. Liebe Freundinnen und Freunde, die CDU will diesen Wahlkampf mit Sicherheit bestreiten. Ich finde willkommen. Eine Welt, in der acht Milliardäre so viel besitzen wie 3,6 Milliarden Menschen, eine solche Welt wird keine sichere sein. Und eine Welt, in der jede Sekunde ein Mensch fliehen muss vor den Folgen des Klimawandels, wird keine sichere Welt sein. Und deswegen ist es eine falsche Antwort, auf der einen Seite wie Donald Trump bei den Entwicklungspolitik zu kürzen und gleichzeitig aufzurüsten. Ich komme mir ja gelegentlich vor, wie in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, nur, dass Donald Trump jetzt nicht mehr Ronald Reagan heißt. Was damals nachgestimmt war, ist heute das 2-Prozent-Ziel. Wer wirklich 30 Milliarden Euro über hat, der sollte die nicht dafür ausgeben, neue Panzer und Korvetten zu kaufen, sondern der muss dieses investieren in Entwicklungszusammenarbeit und in den Zusammenhalt Europa. Und genau das gibt es nur mit Grün.